Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch auch nochmal persönlich ein frohes neues Jahr wünschen. Ich habe dieses Jahr noch kein Video für euch gedreht, aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigt. Ja, in der letzten Zeit habt ihr mich weniger auf YouTube gesehen, beziehungsweise ich habe weniger Videos hochgeladen für euch. Und das liegt einfach daran, dass ich unglaublich viel zu tun habe mit meiner App. Also ich muss ganz viel organisieren, planen. Ich muss Mitarbeiter und Freiberufler schulen. Und ja, das nimmt alles sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und deswegen habe ich weniger Zeit, um Videos für euch zu drehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nie mehr Videos für euch drehen werde. Das heißt einfach nur, dass ich nicht mehr so viele Videos hochladen werde. Und ich habe glücklicherweise Unterstützung gefunden. Und ja, ihr habt alle schon Nico kennengelernt. Der hat schon einige Videos gedreht für mich. Und den werdet ihr jetzt öfter auf meinem Kanal sehen. Er arbeitet nämlich für mich freiberuflich. Und ja, ich finde, das macht er ganz toll. Ich finde seine Videos super. Und das wird er auf jeden Fall weitermachen. Und ja, ich habe ihm schon einige Skripte geschickt. Und es wird auf jeden Fall Ende Januar oder Anfang Februar wird es neue Videos mit Nico geben. Und darauf freue ich mich schon ganz doll. Es gibt sehr viele neue Videos zum Konjunktiv 2. Und ja, er ist gerade dabei, diese Videos für euch aufzunehmen. Und ich denke, es ist gar nicht schlecht, wenn ihr auch mal eine andere Person auf diesem Kanal seht. Denn jeder drückt sich ein bisschen anders aus. Und jeder hat einen anderen Wortschatz. Und deswegen könnt ihr eigentlich nur davon profitieren. Das heißt natürlich nicht, dass ihr mich nie mehr auf diesem Kanal sehen werdet. Aber ich werde eben weniger Videos drehen. Einfach, weil ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Aber mir macht das weiterhin Spaß. Ich möchte weiterhin Videos für euch drehen. Und deswegen werde ich natürlich auch ab und zu neue Videos für euch hochladen. Nur eben nicht mehr so oft. Also ich schätze mal vielleicht so zwei Videos pro Monat oder drei Videos. Mal schauen. Aber ja, also dieser Kanal lebt und wird auch weiterhin bestehen und existieren. Und da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich werde nicht von der Bildfläche verschwinden, sozusagen. Gut, ich muss jetzt ein Video aufnehmen für euch. Das werde ich jetzt tun, bevor es dunkel wird. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt das meiste verstanden. Oder vieles verstanden. Vergesst nicht, bei meiner Website vorbeizuschauen. Germanwithjenny.com Dort könnt ihr euch für meine App anmelden. Für A1, A2 und B1. Und ab März auch für B2. Und wir sind gerade, ja, wir arbeiten gerade sehr, sehr hart an den B2-Inhalten. Und das macht auch unheimlich viel Spaß. Aber ich lerne auch selber sehr, sehr viel Neues dazu, weil ich mich bisher eigentlich größtenteils mit der A1, A2 und B1-Grammatik beschäftigt habe und weniger mit der B2-Grammatik. Und das ist einfach sehr interessant und ich hoffe, dass Nico und ich euch das gut beibringen können und dass ihr vieles verstehen werdet. Ja, gut. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.